Jo, hei, zurück zu Assassin's Creed. Ich sitze hier bei Poseidon oben auf dem Throne. Ich muss mal gucken, dass die mal runter springen. Gibi! Und, also nicht auf dem Throne, sondern oben auf seinem Palast. Und eigentlich wollen wir mit ihm jetzt mal sprechen. Wo ist er denn? Steht er hier schon irgendwie rum? Poseidon, mein Freund. Ihr habt hier Menschen-Experimente gemacht. Das ist gar nicht so nice. Junge. Ich nehme also an, du hast über Atlantis gerichtet. Du sagtest, Menschenversuche wären verboten. Das war alles gelogen. Die Isu sind außer Kontrolle. Wovon redest du denn da? Meine Gesetze sind absolut und alle müssen sie befolgen. Ich habe es entschieden. Deine Gesetze waren nutzlos. Menschen leiden unter deiner Herrschaft und du bemerkst es nicht einmal. Niemand würde es wagen, sich mir zu widersetzen. Das ist sicher ein Missverständnis. Naja, ich glaube nicht. Niemand würde es besser auf ihn hören. Junge. Unmöglich. Der Zutritt zur Stadt ist dir verwehrt. Wachen! Deine Wachen respektieren deine Söhne. Und als du diesen Hybriden zu deinem Dikastis ernanntest, wandten sich deine Söhne an uns. Meine Söhne würden sich nie einer Kriegstreiberin beugen. Menschen bringen Krieg. Ob wir wollen oder nicht, Poseidon. Oder sollten sie nach dem, was du getan hast. Du meinst, wozu sie uns gezwungen haben? Poseidon sorgt sich um die Sonne und sein Lichtpflanzen-Regenerationsprojekt. Die Katastrophe kommt auf uns zu. Darin sind wir uns einig. Aber es gibt nur eine Katastrophe. Die Menschheit. Du kannst Ethan nicht vertrauen. Er ist verrackt. Du weißt nicht, was für Monster er in seinem Geheimversteck hält. Geheim war das nur vor Poseidon. Meine Frau wusste über alles Bescheid. Hybrid. Projekt Olympos war meine Idee. Das Ende eines Zyklus in Atlantis muss keine Katastrophe sein. Es ist viel schlimmer als das. Wir haben Veränderungen in der Oberfläche der Sonne registriert. Wenn wir uns nicht wappnen. Wenn wir uns nicht wappnen, werden die Menschen uns alle umbringen. Wir haben diese ökologische Katastrophe erschaffen. Als ich hier ankam, sagte Poseidon, ich wäre am Ort meiner Bestimmung. Sag mir sofort, warum ich wirklich hier bin. Ihr Herz erweichen. Er ist noch menschlicher als ich dachte. Etta, antworte ihm. Mit Vergnügen. Stell dir vor, was für Möglichkeiten es eröffnen würde, wenn wir deine hybride Form duplizieren könnten. Wir könnten mit unserer Technologie deine Gedanken kontrollieren. Du kannst zur Herstellung von Junos ultimativer Waffe verwendet werden. Oder vielmehr hättest du das. Das Experiment meines Mannes war vielversprechend. Aber nach langer Beobachtung haben wir dich zum Vielschlag erklärt. Unsere neue Waffe ist sehr viel tödlicher, als du es je sein könntest. Die Hekatonchirin. Etta, du hast doch nicht... Die Hekatonchirin werden sich erheben. Projekt Olympos wird die Menschheit so sehr verängstigen, dass sie es nie mehr wagen wird, sich aufzulehnen. Und du wirst meinen Ehemann zum Dikastes Basileus ernennen. Dikastes, setze dem ein Ende. Wenn sie es schaffen, sind wir verloren. Wir alle. Du musst mir vertrauen. Ich bin keine Waffe. Naja, okay. Ah, das hat ja schon mal nicht so gut geklappt. So. Der Hekatonchirin war bereits erfolgreich. Der Hekatonchirin lebt. Kannst du ihn nicht hören? Was habt ihr in meinem Labor unter dem Palast getan? Der Eingang wurde verriegelt, als ich Menschenversuche verbot. Was? Was ist das für ein Geräusch? Na ja. Ist das deine Waffe? Ich führe diese beiden der Gerechtigkeit zu. Halte du den Hekatonchirin auf. Bevor wir alle sterben. Los! Hekatonchirin. Jetzt bin ich ja mal gespannt, was das sein soll. Oh, lauter Leichen. Hallo? Jemand zu Hause? Hekatonchirin. Hm. Lecker. Ein bisschen viele Arme. okay macht er, schmeißt die Typen rein, ok ist das ekelhaft ok, nicht zu nah ran an die Typen, weil die dann explodieren ok, er schmeißt die Viecher sehr gut ok 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 der hängt oben an der Decke ok alter oha oha lass mich zufrieden, scheiße jungen, jungen, das war nicht so nice also nicht erwischen lassen von ihm hide die 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 Sehr gut Ah, gerade noch mal weggekommen Ah, gerade noch mal weggekommen Ach komm Ah 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 Junge, bewegt dich Ah, komm. Hilf der Hambre. Ah, komm. Ah, komm. Ah, komm. Ah, komm. Mann, geht er weg. Ah, komm. Ah, komm. No, 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 no. Oh, Mann. Alter, hau ab. Ja, er ist looking... Ah, Mann. Juste, juste. Komm schon. Ah, Mann. Ah, Mann. Ah, Mann. Ah. Weck, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Ah, Mann. Ah, Mann, da weg. Ah, Mann, da, weg hier, weg hier. Ah, Mann. Ah, Mann. Ich meine, das ist immer gut. Come on! Aber so wovie gehen jetzt auch nicht mehr ab Oh! Down, Juni! Cool! Cool! Der war sehr hässlich Ehre dir gefallen! Nutze den Arzt! Wenn du nicht hast! So! Oh! Bemerkenswert! Unter den Menschen und Isu kann es niemand mit dir aufnehmen! Wo sind Juni und Aether? In Gefangenschaft! Aber sie werden nicht aufhören! Hm! Wenn Gefangenschaft sie nicht aufhält, gib mir ein paar Minuten allein mit ihnen! Ich sorge dafür, dass sie niemandem mehr wehtun! Und was würde das beweisen, dass du so grausam bist wie Juno und ihr Mann? Ich will gar nichts beweisen! Ich will dem ein Ende setzen! Und die retten, die durch eure Hybris leiden mussten! Also hast du am Ende wirklich den Richtspruch nach Atlantis gebracht! Sehr gut, Digastes! Hast du noch das Instrument des Kerberos? Ich habe dir nicht alles über deinen Stab erzählt! Ihr bildet die Birke zwischen deinen beiden Identitäten! Zusammen mit der Macht der Instrumente des Kerberos und des Hekatonchias können wir den Zyklus von Atlantis für immer beenden! Ich habe nicht nur einen sechsten Sinn entdeckt, sondern auch die Macht zur Zerstörung der ganzen Stadt! In den falschen Händen hat dieser Stab die Macht, alles zu zerstören! Deswegen bist du und nur du sein Hüter! Wir scheinen, du wusstest, was passieren würde! Ich bin erschöpft, genau wie du! Ich habe viele atlantidische Zyklen lang auf den endgültigen Richtspruch gewartet! Leider kam er nicht noch früher, wie viele Tode das verhindert hätte! Wenn wir das tun, würden deine Söhne und du... Meine Familie hatte Generationen, um kündig bescheiden und bedacht zu agieren! Aber das taten wir nicht! Wir trafen diese Entscheidung ebenso, wie du sie getroffen hast! Die Menschen dieser Stadt verdienen den Tod nicht! Wenn wir uns dafür entscheiden, werden die Sirenen heulen und die Tiere freigelassen! Die Menschen im Purimus-Ring steigen in ihre Boote! Ich versichere dir, sie entkommen ganz sicher noch! Wenn wir die Stadt versenken, dann werde ich mit ihr untergehen! Nein! Du bist der Hüter des Stabes! Er wird dich beschützen! Deine Zeit ist leider noch nicht gekommen! Okay! Leider! Na gut! Du hast es selbst gesagt! Yuna und Etra werden niemals aufhören! Ich habe die Labore gesehen und ihre Experimente! Es gibt nur einen Weg, um dem Leiden ein Ende zu setzen! Durch Zerstörung! Abflug! 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 Ich wünschte nur, ich hätte mehr Zeit gehabt, von dir zu lernen. Vielleicht hätte mich das menschlicher gemacht. Ich höre, das einer. Hüter des Stabes, deine Prüfungen sind vorüber. Wir sind wieder im Thronsaal. Sag mir, nun, da du das Schicksal von Atlantis gesehen hast, wie fühlst du dich? Es ist lange her, dass ich meine Mannschaft gesehen habe. Meine Freunde, Barnabas. Ich habe Heimweh. Der Hüter hat kein Zuhause. Die Prüfungen sind vollbracht. Aber deine Reise ist lang und wird dich zu Zivilisationen bringen, die erst noch entstehen müssen. Was war all das? Was du erlebt hast, waren Echos von Erinnerungen. Verzerrt, aber real. Welche Erinnerung? Der Isu. Manche waren sogar von mir. Aus meiner Zeit als Dikastes. Ich wollte Gleichgewicht nach Atlantis bringen. Du? Und jetzt du. Meine Prüfungen brachten mich wieder zu meinem Großvater. Vöbel, Brasidas und selbst Elpeno. Und dadurch hast du eine wertvolle Lektion gelernt. Der Stab kann Leben verlängern. Aber das ist nicht deine Rolle. Du musst lernen, dich immer und immer wieder zu verabschieden. Und den Tod alles, was er fordert, von dieser Welt nehmen zu lassen. Waren sie real? Sie sind ein Teil von dir. Also ja, irgendwann wirst du sie verabschieden. Aber das ist eine andere Prüfung. Meine Prüfungen im Elysium brachten Zerstörung und Aufruhr. Nicht deinetwegen, sondern wegen Persephone. Sie war eine Herrscherin, die extreme Ordnung durchsetzen wollte. Du erkanntest, dass ihre Herrschaft scheitern musste. In der Unterwelt war ich gezwungen, ein Reich voller Chaos zu ertragen. In der Tat. Hades war ein König, der dieses Chaos wollte. Und daher kam die Zerstörung. Aber denk daran. Du wirst weit Schlimmeres aushalten müssen, bevor dein Tod kommt. Das Elysium und die Unterwelt waren dem Untergang geweiht. Aber Atlantis? Ich dachte, Poseidon und ich könnten Gutes bewirken. Und doch erkanntest du uns, Isu, wie wir wirklich waren. Unvollkommen. Egal wie oft ich dieses Erinnerungsecho gesehen habe, mein Zuhause wird immer vernichtet. Irgendwie, ja. Du hast erlebt, wie Persephone durch Ordnung herrschte, Hades durch Chaos. In Atlantis hast du erfahren, wie es ist, selbst zu regieren. Das war eine Katastrophe. Du hast gesehen, dass es für den Hüter keinen Weg zur Macht gibt. Durch den Stab kannst du die Welt in die Knie zwingen. Doch das ist nicht deine Rolle. Du musst deine Stärke einsetzen, um die Macht des Stabes in ihre Schranken zu weisen. Zu bewachen. Zu hüten. Meine Martha sagte mir einst, ich sei von den Göttern gesandt worden, um die Welt zu beschützen. Ich gab ihm ein Wort. Und jetzt gebe ich es dir. Und dein Wort, erbende Erinnerungen? Du musst aufwachen und Wiedergutmachung leisten, bevor es zu spät ist. Sonst wirst du diese Welt in Stücke reißen. Erwache nun. Der Eindringling hat dich gefunden. Wach auf. Schnell. Nein. Wo bist du? Selbstgespräche, Leila Hassan? Das ISO-Artefakt hat sie offensichtlich beeinflusst. Sie verlieren den Verstand. Mr. Burke, endlich zeigen Sie sich. Sehr beeindruckend. Ich wusste, wenn jemand diesen Ort entdecken würde, dann Sie. Aber Sie verließen Abstergo, bevor ich Ihnen diese Mission zuteilen konnte. Nachdem Sie uns belauscht hatten, hat der Sigma 6 keine Probleme, ihn zu finden. Wir wissen, dass Sie es waren. Richtig. Was Sie aber nicht wissen ist, dass wir Sie schon viel länger abhören. Seit Sie das Buch von Herodotos fanden. Dank der Templer-Forschung, die Sie sicher ebenfalls gestohlen haben. Abstergo sind Mörder. Und Sie sind nichts als deren Killermaschinen. Nachvollziehbare Behauptung. Aber was ist mit dem Sigma-Team, das sich auf Sie angesetzt hatte? Sie haben Sie getötet. Die sind hingefallen. Ich habe Ihre Daten an der Attergo-Tatenbank gesehen. Ich weiß von Alina. Wenn Sie wüssten, was der Stab für Sie tun könnte... Kein weiteres Wort über Sie. Dann vergessen Sie es. Ich wollte verhandeln. Keine Verhandlung. Ich nehme das Antifakt an mich. Das wüsste ich aber. Sie hatten kein Recht, Diana etwas anzutun. Sie hätten hinter mir her sein sollen. Sie waren die Nächste auf der Liste. Sie hake ich heute ab. Na gut. Ozzosi Yahu-Ma, es reicht. Das war's. Richtig. Die Welt da draußen geht Ihrem unausweichlichen Ende entgegen. Auf welcher Seite Sie stehen, ist jetzt hinfällig. Los. Her mit dem Stab. Es ist nicht hinfällig. Ich werde immer eine Assassinen sein. Und wenn Sie den Stab wollen, holen Sie ihn sich. Erst Victoria. Jetzt nicht. Geben Sie's zu. Sie haben das Antifakt nicht unter Kontrolle. Ja, was war das? Sie haben das Antifakt nicht in dem Stab, Mark? Geben Sie nicht so an. Es ist die... Unsterblichkeit. Armselig bis zum Schluss. Die Sache ist, Mr. Burke. Es ist mir egal, ob Sie überleben. Stehen Sie mir nun nicht im Leben. Sehen Sie es ein. Die Templer haben verloren. Hose kaputt. Alter, ihr zwei, bitte komm. Alter, ihr zwei, bitte komm. Atlantis ist kompromittiert. Meine... 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 Alitia? Alitia! Alitia! Gut nach, Leila. Der Funk ist aus. Wie soll ich Hilfe holen? Wilk. Ohne dich schaffe ich es nicht. Ich zeige es nicht, aber ich habe Angst. Was tue ich hier? Ich bin allein und ich brauche dich. Bitte. Komm zurück. Ich bin mir wenigstens ein Zeichen. Irgendwas. Dein In-Ear. Kann mich jemand hören? Victoria. Wir versuchen die ganze Zeit, die Kommunikation wiederherzustellen. Erst waren alle Lebenszeichen weg und dann... Elena. Ich bin es. Leila? Aber... Das ist Victorias Kanal. Wo ist sie denn? Was ist los bei euch? Habt ihr die Prüfungen überstanden? Ja, wir haben den statt. Ich habe die Prüfungen bestanden, aber... Unglaublich! Ein echtes ISU-Artefakt unter Assassinenkontrolle. Das verändert alles. Ich habe es nicht unter Kontrolle und es verändert nichts. Der Eindringling ist Otzu Burke. Er ist mit mir im Thronsaal. Er ist mit mir im Thronsaal. Ich kann alles erklären. Aber die Templer sind hinter uns her. Du musst mich hier rausholen. Er ist bei dir? Alles in Ordnung? Wir haben gekämpft. Er ist ohnmächtig, aber stabil. Aber bitte, ich will nicht nach ihm sehen. Du hast ihn... nicht getötet? Nein. Er lebt noch. Bleib wo du bist, Leila. Wir holen dich raus, aber... Das dauert ein bisschen. Was hast du jetzt vor? Bis ihr hier seid, gehe ich zurück in den Animus. Es gibt viele, von denen ich mich verabschieden muss. Kephalinia, sehr gut. Nice. Hippie. Okay, Kephalinia. Ich glaube, ich kann hier jetzt einfach alles machen, was ich lustig bin. Und weiter zocken, oder was? Alter. Ich habe noch ein bisschen was. Ja, vielleicht mache ich das irgendwann mal 68, 70. Junge, wollt ihr mich verarschen? Alter. Naja, vielleicht habe ich das auch noch nicht gemacht. Also, hätte ich vorher auch machen können. Aber, ich sage es mal so, ey. Ubisoft, ihr seid echt mega, ey. Wie viel Zeug ihr hier in das Ding reinpresst. Wahnsinn. Content ohne Ende. Na gut. Also, ich sage es mal so. Das könnte jetzt erstmal reichen für diese Session, weil noch ein Monster gekillt, Atlantis downgraded und jetzt noch irgendwie anderes Zeug hier machen. Das wird dann ein bisschen viel. Haut ab, ihr Wölfchen. Ich habe keine Zeit für euch. Ich reite lieber weg. Haut ab. Oh, Ferdinand, komm. So, roundlos, genau. So, also, mehr gibt es beim nächsten Mal. Ich hau ab. Bis dann. Ciao. 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 . Ciao. Ciao. Vielen Dank.